Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fall Guys zusammen mit dem Ligaboo. Bewertet doch einfach das Video, schaut in die Videobeschreibung, da ist alles Wichtige verlinkt und viel Spaß. Och nein, ich hab vergessen Controller-Vibrationen auszumachen. Ey, erstmal die falsche Tü. So geht durch, Jungs. Malerweise ist meine Taktik in diesem Modus eigentlich kurz zu warten und die anderen vorzulassen. Ja, links. Ich bin relativ weit vorne. Am Ende? Ja, also wenn es drei Türen sind. Ja, ja, aber wo? Ganz rechts. Ja, hast recht. Nein, 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 nein. Ich war so weit vorne. Das begibt es. Geht ihr mich zum Ziel? Oder schlag mich auch einfach nur um. Das geht auch. Oh, okay. Ich war noch relativ zuletzt drin, aber ich bin noch reingekommen. Ich bin einfach Teil von der Tür hinterm Ziel. Ich bin auch drin. Nice. Wollen wir mal diese blaue Eule im Shop? Die will ich haben. Find's cool, dass in Folge ist einfach so drei Skins fünf Euro kosten. Wie viel kosten drei Skins in Fortnite? 60 Euro. Das ist richtig preiswert. Joa, warum auch nicht. Obwohl es gibt auch Skinpacks für drei Euro. Es gibt auch Skinpacks für drei Euro. Für 20 Euro. Mit drei Skins. Aber die waren immer richtig lame. Hallo, wir sind nebeneinander. Hallo. Hallo. Ich wollte gerade diesen Wilhelm-Scream nachmachen. Dieses... Aha. Nein. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, war das knapp. Perfekt. Bin durch. Ah, da bist du. Du hast schon, dass du auch ein Muster machen kannst, ne? Vierter Parcours musst du doch voll mögen bei deiner erste Runde. Hey, wie... Hey. Ach so. Die töten direkt. Nee. Die holen ein... Nur um. Mhm. Ja, ich bin raus. Oh nice. Da fliege ich das auch raus. Willst du wieder die Ananas oder was bist du? Ich bin Dino. Ein rosa... Ein rosa nah. Ein lila nah. Dino mit orange. Dann... Nein! Ach nee, dein Bild gut nicht. Der war gerade bei der ersten. Vor allem diese Muster gerade erinnert sich an Splatoon. Ja, hier ist es. So, hochzogen. Ja, ist schon. Was machst du durch? Ähm, ja, kann das mal jemand schieben, bitte? Das wär nett. Nein. Hier schiebt doch keiner. Nein! Ich hasse dich, Affe. Nein, der ist geschafft. Oh mein Gott. Ja, die beiden sind Ehrenmänner. Oder Ehrengeist. Jetzt lasst mich doch mal durch. Lasst mich, Arzt. Ich bin durch. Bitte. Ich fahre gleich an zu weinen. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Mir ist genauso gut wie ich. So, Alter. Juni, Alter. Ein fucking Ninja von Fall Guys. Ja! Ich hab's ja nicht, oder doch? Okay. Komm, das schaffe ich. Shit! Ja, danke, Digga. Oh, Ehre. Nice. So, Chicken, ich lass dir den Vorrang, oder auch nicht? Du hasselst. Oh Gott. Als 13er. Das war keine schöne Runde. Yay, abschweifen. Ich hasse diesen Modus. Nur ein bisschen. Wieso nicht wenigstens Team abschweifen? Hey, Junge. Komm, jüt! Aua. Ja! Danke! Er wird einfach irgendwo hingeheatet und dann greift er sich auf einen Schweif. Nein! Ha! Woher kommt der denn jetzt auf einmal? Hey, Dino. Dino 2. Hey, Chicken. Ha! Ich hab noch gegriffen. Hey, Äffchen. Hallo. Ja, hallo. Ja, schaffst du es. Da ist einer hinter dir. Ist man mit einem Schweif jetzt langsamer? Ich hab keine Ahnung. Nein! Oh! Alter. 20 Sekunden noch. Ja! Ja. Wuuuuh! Nein! Brrrr! Oh, ich wollte mich weggehen. Schade. Zu hoch gesprungen. Was nehmen wir für ein Finale? Und... Ah! Mein Liebensfinale. Ich hab einmal gewonnen und das bei Bergspitze. Und ich weiß nicht, ob man nach 20 Stunden Spielzeit eventuell mehr als einmal hätte gewonnen sollen. Vielleicht? Nein. So, hoch. Einer ist schon raus. Wird der das denn geschafft? Hat er den Modus nicht kapiert? Oh, oh. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Alter, der Sonic hat mich festgehalten. Ich hasse Sonic. Ich kaufe nie wieder ein Spiel von dir. Du hast das gesorgen. Ich kaufe nie wieder ein Spiel von dir, Sonic. Nein! Nein! Ach so, ja, aber... Scheiße. Wir haben nur noch eine einzelne Platte. Zweier Platten sind so viel besser. Auf einser Platten hast du kaum Raum zum Überlegen. Hör auf mich festzuhalten, du Sack. Mögen die beiden als erstes sterben. Och, Mann. Nein! Das wird bei mir langsamer. Oh, oh, Mann. Ich schaue den Chicken zu. Selbst meine Belohnungen ist weggegangen. Das Chicken muss gewinnen. Oder der No-Skin. Ne, No-Skin muss gewinnen. So, nur noch diese drei Jungs. Zwei Leute müssen noch raus. Sonic, dir gönne ich den Sieg am wenigsten. Aber bei dir ist ja blöd, aber es ist ein Basch... Verbindungsverbrauch. Ich hasse. Jetzt sind auch noch all meine Belohnungen weg. Okay, Leute. Das war's mit der Vollgas-Runde. Schaut auf jeden Fall bei meinem wunderbaren Aufnahmepartner vorbei. Und ich würde sagen, bis dann in der nächsten Vollgas-Runde wieder. Tschüss. Tschüss.